hallo und herzlich willkommen zu meinem let's play von two point hospital ihr seht wir haben im letzten part ist das krankenhaus das hotel underlook fertig gemacht das war schon ich cross ich meine manche karrieren hier abzuschließen wie mit chirurg 5 und chirurg psychiatrie 5 da kann man einfach auch ein weiteres krankenhaus jetzt hier irgendwo weitermachen und das denn da forschen das ist ja nicht so das problem was wollten wir genau schwelbrat bad es ist ein forschungsinstitut da bin ich mal gespannt schwelbrat research institut ach du schon willkommen in schwelbrat der entlegensten stadt in ganz two point county county du wurdest eingeladen das schwelbrat research institut durch die gründung eines forschungskrankenhauses zu regenerieren dort müssen die krankheiten der anwohner geheilt sowie hochkarätige forschungsprojekte abgeschlossen werden aufgrund der isolierten lage von schwelbraten könnte schwierig werden personal zu rekrutieren alle verfügbaren kandidaten sind höchstwahrscheinlich unqualifizierte verzweifelte oder auch nur ungelernte stadtbewohner die einfach gerne dabei sein würden an die einfach gern dabei sein würden um die bergbewohner zu heilen und den ruf des instituts zu polieren werden umfassende weiterbildungsmaßnahmen nötig sein sagt er mein personal ha einer immerhin die kann denn gleich mal nur forschen würde ich mal sagen aus meister ich meine das ist jetzt das problem verarbeiten du kommst weg das brauchen wir dann nehme ich gar nicht ich meine wieso was neu bauen wenn wir es doch eh schon haben was ist denn das problem so der supercomputer das ding das ding kann ich noch was vergessen die heizung wäre hier vielleicht nicht schlecht er braucht sowas so dann der sitzwürfel wo ist denn das problem weil der dreck rumliegt von mir aus so urbane mythologie machst du erstmal das so bearbeiten die hauen hat mal so viel schwachsinn rein das gar nicht nötig ist das kommt weg wo kommst dahin kommst dahin dann heizung wo ist es denn das skelett modell was war das mit den postern hier weiterbildungs poster das kommt weg das kommt weg das braucht nämlich kein schwein das kommt weg und das kommt dahin da hätten wir das nämlich schon mal dann kommt der weg das kommt weg das kommt weg das kommt weg das verkaufen wir komplett das ist ja unermöglich so jetzt müssen wir uns überlegen vielleicht machen wir mal so eine aufnahme dann haben wir schon mal zwei assistenten so die arztpraxis lass mich raten das eine kann ich wahrscheinlich gleich gar nicht hinbauen weil der mir sagt nee du darfst nicht was habe ich vergessen den teppich da sind wir heute nehmen wir den leoparden teppich heute geht es wild zu kopieren also da wir wahrscheinlich wirklich ungelernte kräfte haben müssen wir uns das echt ein bisschen überlegen so ne das ist viel des guten ich will doch nur der trägt eine uhring so dann fang mal an Ärzte als erstes ein Psychiater bitte ich will noch einen das mit Medizinstudenten hatten wir schon das ist jetzt keine große Herausforderung das hatten wir schon die Apotheke die Apotheke einstellen einstellen krankenpflege hm 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 die allgemeine Diagnose hm 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 weil mehr können wir uns auch gerade gar nicht leisten außerdem müssten erstmal hier auch die Hausmeister mal parat kommen und erstmal alles sauber machen das ist auch so ein Ding die Toilette ab wir ja schon die Dann die Bänke. Ja, da kommt noch irgendwas anderes hin. So, der eine geht denn da hin, der andere geht da hin. Was sagt denn, ähm... Schüttel dir einen, so. Hier hinten ist das nämlich noch ziemlich Wumpel. Ja, wie sich das gehört. Ähm... Da sich das Ganze erstmal nur da abspielt, ist der Rest eigentlich egal. So, ihr Süßen. Fangt an, aufzuräumen. Ich kann eigentlich schon eine Psychiatrie bauen, das ist nicht das Problem. Okay. Diagnose Bücherregal, Behandlungsregal, Arzneischrank. Halskörper. Was kriegst du für... Mäh. Ah, da werden sich die Patienten aber freuen. Wenn die, äh... Ach, das ist so kalt. Er ist den Versuch wert, das Spätabendprogramm im Fernsehen. Ach, er ist Nachwuchshaus, meinst du? Und überspringt die Kanäle, auf denen nur Wiederholungen und Sport laufen, bis ihr den wirklich schrägen Kram entdeckt. Schachspielende Ziegen, vor prasselndem Lagerfeuer, Bauanleitungen für euren eigenen Luftschutzbunker. Das alles und vieles mehr. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Dann haben wir schon mal einen Psychiater, das ist schon mal sehr gut. Müssen wir nur mal gucken, wie wir jetzt das Haus füllen. Was ist denn unsere Aufgabe? Bilde 20 Mitarbeiter weiter. Heilungsrate von 60. Erreiche die Stufe 5 mit dem Zimmer Forschung. Geht's noch? Was kostet Geld, du Eimer? Stufe 5. Das wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Aber wir können's ja mal probieren. In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. Ich hätte ganz gern etwas, was die Forschung noch weiter mit antreiben würde, aber das wird leider nix. Wenn wir den da hinstellen, könnten wir den doch vielleicht in der Kaffeemaschine oder sowas hinstellen, oder? Ah, vielleicht Durst. Wechseln. Ich leg noch minimal dazu. Strandgemälde. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Weiterbildung. Weiterbildung. Was bist du? Assistenzärztin. Station. 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 Ist hier in Ordnung. Oh, wala. Wir brauchen eine etwas größere Station, ne? So. 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 ich glaube so kriege ich ein paar mehr rein auch nicht viel mehr aber ist egal so wird wenigstens bisschen was einstellen so dann haben wir wenigstens schon mal 4 zufalls saufig ist nix und jetzt den heizkörper nicht vergessen wir frieren sich ja sonst den popo ab so hätten wir das da fällt mir gerade ein die haben keinen pausenraum die haben ja gar keinen pausenraum das hätte ins auge gehen können zufriedenheit ich kann den leider ins pausenraum jetzt nicht so viel reinstellen aber ein bisschen was so mein freund macht ich da weg die machen nur verluste das haben wir schon mal schließe urbane mythologie ab ja das kann mit meinem forscher ein bisschen dauern na gut aber wie ist er die mitarbeiter hier weiter gebildet haben dort auch was sie tun sollten sich mit billiger künstlicher medizin voll zu pumpen kommen sie zur holistik klinik unsere natürlichen heimittel sind so teuer die müssen einfach gut sein holistik wo hoffnung wunder wirken kann teuer ist nicht immer gut als nächstes würde ich ganz gerne ablehnen eine krankenschwester weiter bilden oh wir haben ein bisschen profit gemacht aber nur ein bisschen nur ein wenig ach da fällt mir gerade was ein ich finde es schade dass ich das immer wieder die richtlinien immer wieder neu eingehen muss schnell behandlung kann ich mir ein spritzenzimmer leisten bitte sagt mir ich mir ein spritzenzimmer leisten kann so warum will ich ein spritzenzimmer einfach weil ich gesehen habe da wird schon wieder nach der notfall spritzen angefragt und ich würde das gerne versuchen mitzunehmen um ein wenig geld zu kriegen wir haben zwar keinerlei personen die dafür qualifiziert ist stopp das müssen wir in der übersicht mal ändern schon wieder ich vergesse das immer ist gerade in der pause oh hoh no ok jetzt weiter bilden in station das problem ist die sind auch so verdammt teuer apotheke reporter besuch diesmal assistenzärztin urteilsvermögen die störung ach so das käme schon diese damen und herren können leider nicht so gut entscheidungen treffen wir werden von einem promi besucht oh nicht doch ist das schon in ordnung in der apotheke wird ein krachenpfleger benötigt du machst erstmal das hier alles andere ist vollkommen wumpel hier zu kommen er ist nicht der erste tote aber schon das gute ist wir können auch sämtliche hausmeister jetzt erstmal auf upgrade mit können überhaupt doch die haben alle im prinzip bereit für weiterbildung auf jeden fall machen wir geld das ist schon mal sehr wichtig ja da kosten hier kann ich aber viel brauchen jung jung hier viel geschlagen herzlichen glückwunsch das hat sich ja gelohnt wenigstens haben sie noch vorher bezahlt bevor sie den löffel abgegeben haben wenigstens etwas der ist jetzt auch egal war der würde jetzt auch nicht viel bringen ja immerhin ein bisschen geld gekriegt so dann werde ich einen noch mindestens in der apotheke ausbilden und ja 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 wir wollen jetzt alle weitergebildet werden und da war mein ruf hin dank das wird nichts nachwuchs hausmeisterin hier okay kannst gleich den mitnehmen dann wird einer der hausmeisterin in standhaltung einer anderen mechanik geschulde ja solange nur so wenig leute hier drin sind wird das auch was ist du bist jetzt auch der einzige der darin drin sein kann und dann könntest du eigentlich behandlung machen es läuft gut wir haben bis jetzt noch keinen also wir sind noch nicht in pleite gegangen immerhin so das haben wir dann auch bald dann müssen wir nur noch die mitarbeiter weiter bilden und da bin ich schon gewillt das zu machen dann kommt noch einer auf jeden fall in der apotheke merkt ihr eigentlich dass das tippst du denn mozart ähm ein bisschen gekriegt hat angerufen um uns von seinem nächtlichen zeitvertreib zu erzählen ich hab's euch alle mit nachtsichtgeräten und kamerafallen unter ständiger beobachtung paul ist überzeugt davon sie früher oder später dabei zu erwischen wie sie zum leben erwachen wenn ihr euch seiner mission anschließen wollt dann nur zu du brauchst noch ein bisschen ach da ist schon das zöpferding stopp drama dramatik betroffen sind an verfluchten zitaten aus historischen theaterstücken sowie ihre anachronistischen physischen erscheinungen zu erkennen diese krankheit wird oft von mit gänsefett ausgestopften hosen feuligen früchten und verfolgen durch bären hervorrufen ok so 25 30 45 65 ok herzlichen glück und schoss gewonnen ach lass mich raten du leidest unter hier Dingsbums dramatik komm jetzt oh nein der kubismus ist auch gleich schon da moment was was ist das und was bist du ach hier damals doch urbane mythologie jetzt kriegen wir es doch hin ich wollte jetzt eigentlich den töpferrei Dings machen weil ich schon einen mit topf gesehen hatte glaube ich oder denn da die töpferermaschine du bist hier vorne also kommst du hier so hin na gut jetzt muss ich mir was überlegen die werden wahrscheinlich hier so rum kommen wenn ich die türe hier hin mache dann noch zwei feuerlöcher bevor wieder so ein misskerl kommt und sagt hier ich zünde hier die bude an wie kann man nur einfach so feuer legen das ist so schrecklich dann muss die toilette da ach dann kann ich gleich noch eine neue bauen ohne scheiß so so 1,2,3,4,5 musch pecken musch pecken musch pecken geräusche geräusche große erheizung bis jetzt läuft es noch ganz gut das macht irgendwie keinen sinn was ich mir dahin gebaut habe aber ist egal damit kann ich leben jetzt bin ich schon wieder bei den getränken vorbei gott sei dank jetzt hat das doch gleich na wie sieht es aus immerhin sind wir das beste lehrkrankenhaus immerhin okay damit sage ich dankeschön fürs zusehen die werden wahrscheinlich hier im nächsten mal fertig und dann werden wir auf jeden fall mal ein in standhaltung setzen du mach mal wege hier sehr schrecklich mit dir aber vielleicht sollte man auch mal ein bisschen geld in die nächste forschung investieren vorsichtshalber stimmungen ein und damit sage ich dankeschön fürs zusehen ich hoffe euch hat der part gefallen wenn ja dann gibt mir doch einen daumen nach oben oder lasten abo da bist dann sage ich dankeschön fürs zusehen auf wiedersehen dann